Hi, bist du bereit nicht zu übersteuern? Ach man, wie fiesling. Vielen, vielen Dank für den Hast. Bitte, bitte, bitte. Hast du, du hast... Du hast den, äh, den Namen nicht gesagt, ich bin sehr enttäuscht. Naja... Art zu spielen. Genau. Geht doch. So, hoffentlich das Safeball nicht Corrupted, okay, perfekt. Perfekt? Das war lustig, als dass der Safeball einfach gestorben ist. Zweimal da hintereinander. Naja... Bei derselben Geschichte. Da 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 da... Sooo... Kauf dir, kauf du Dingens, kauf dir Bokebälle. Ah ja, ja, das hab ich wirklich tun. Da hast du das nicht schon gemacht, letztes Mal? Warte mal, kann sein. Ja, das siehst du da nicht. Ich will, dass du stirbst. Das fucking Ei, ey. Kann man das eigentlich ablehnen? Beutel? Ah, hab ich schon, okay. Okay, sehr schön. Weil wir steuern geradewegs in einen Encounter zu. Wenn du jetzt nach Süden gehst... Jetzt siehst du ja eine Aprikoko. Jaaaay! Aprikokobäume sind super! Warte mal, ich hab's hier... Ey, Aprikokobäume sind super! Ey, Aprikokobäume sind super! Ach was... Die Pärmen! Ja, genau. Hier. Okay, Encounter, let's go! Wow, erstes Teil! Und es ist ein... Oh Mann! Oh Mann! Greif es nicht an, du tötest es sofort! Ja! Okay, mal schauen, ob es drin bleibt! Greif die PewDiePie! Let's go! By the way, ich bin auch eines dieser geister geänderten Menschen, die, ähm... Ah, einfach drücken, wenn der Pokoball draufkommt. Wir würden es drin bleiben, oder? Das weiß ich nicht. Wir müssen es ausprobieren. Ich hab die, ich hab die, äh... Ja, ich, ich schau mal, ob du... Auf welchem Level ist, ähm... Boah, was war denn noch mal unser Team? 13. 13, okay. Oh, es bleibt nicht drin. Oh, es wird nicht drin bleiben! Oh, es wird nicht drin bleiben! All wieder. Oh, ich mag das. Oh, das ist super. Jo, was war das denn? Ah... Spiel... Hey! Wir haben ein Kogludonu! Ja! Genau, ein Kogludon. Ja! Guten Abend, Law! Guten Abend! Wie geht es jetzt um einen? Hi! Yay! Null, null, null? Ernsthaft? Was ist, äh... Nein, um Gottes willen, nein! Das ist hier ein Bug. Ja, weil wir den National Decks noch nicht haben, lol! Das Ding ist nur im National Decks. Ah... Okay. So, jetzt müssen wir natürlich die äußerst humoristische Namensgebung hinter uns bringen. Hast du ne Idee? Wir machen einfach die Weiterblicke von... Oh, okay, perfekt. Von... 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 Von S. Okay. Oh mein Gott! Aber das ist S groß. Dann halt nicht. Oh shit! Oh shit! Guten Abend, Simi. Wie geht's dir so, Mann? Hi! Oh shit, S. Das ist kein Shit! Nein, nein, nein! Das ist nicht oh shit geschrieben, sondern oh shi! Ich wollte es sowieso nicht haben! Oh Mann! Ah, ich werde es jetzt schnell in meine Todesbox legen. Warte, das akzeptiert... Man kann keine Spitznamen verändern, oder? Ja... Doch, doch, äh, aber erst in einem späteren Zeitpunkt. So lange werde ich das nicht... Wie hieß das Pokémon nochmal? Äh, Cocknodon, glaube ich, ist... Also... Ja, dankeschön! Super, das ist schön! Ne, jetzt hätte ich mal wegen der Glasser... Shit! Das wär... Catchrate von 11%, nicht schlecht! Nein... Ich will, ich will, ich will... Leg es nicht ab, das Ding ist wirklich nützlich! Nein... Das ist jetzt gegen meine Pride, okay? Oh mein Gott, das ist so langsam... Warum ist das hier so langsam, warum leck das so sehr? Okay, ich nehme es mit, okay? Okay, sehr schön. Ich bereue es jetzt schon! Bin, äh... Ich bin sehr enttäuscht von dir! Und von dir, dass du mir nicht früh genug Bescheid gegeben hast! Ja, ich dachte, du wolltest es so! Ich habe doch noch gesagt, oh Shiii! Das habe ich nie gehört! Wow! Taub! Okay! Stell dir das am besten auf Platz 1! Ja, das ist wahrscheinlich das Beste, ne? Wir werden einfach nicht über die Namen reden, okay? Okay! Okay! War das dicker Kopfnuss? Oh, das ist, äh... Das ist hilfreich! Ist es wirklich hilfreich? Das ging so gut! Ich glaube, damit kannst du in Städten, bei denen Bäume existieren, ein Pokémon fangen! Ja! Da können, glaube ich, auch Items rauskommen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe da auch nie Kopfnuss benutzt! Oh, wow! Danke! Oh! Oh nein! Er gibt den Item! Achso! Huh! Ich dachte schon! Ich wollte nicht mit meinem Level 4 OCS angreifen, okay? Wunder sein! Okay, ist Wunder sein was Gutes wahrscheinlich nicht, oder? Falls wir einen Pflanzen-Pokémon bekommen, ist es was Gutes! Mögt ihr langsame Spiele? Ich auch! Das ist noch träger als so, und man versteht jeweils fucking Elektronik! Yo, holy shit! Was ist denn los? Ah! Ein neues Gesetz! Okay, Mensch, jetzt die Bandmusik wieder nochmal! Die Kämpfen sind das einzige normale! Ah, der Manager Scott! Oh Gott! Yo! Also ich glaube, ich werde erst mal wechseln, oder? Ist wahrscheinlich nicht so schlecht! Die Frage ist, Aqua oder S? Ach stimmt, Aqua! Die gab es ja auch noch! Den! Wir haben nur Männer! Wechsle auf! Wechsle auf! Warte, ich muss kurz in den Table schauen! Let's go Aqua! Level Wechsle auf S! Okay! S ist unterlevelt! Ja stimmt! Nicht wirklich, aber es hat halt weniger Level! Leveleriger! Oh nein! Tackle! Diese drei Damen! Äh, der Marker! Das ist, das ist wirklich viel zu fähig! Ich glaube, ich muss mal eine Doppelteam-Taktik holen! Ich habe gehört, das ist einer der cheapesten Ways zu gewinnen! Ich weiß nicht, was ich meine! Also ich habe es bisher noch nicht benutzen müssen! Es wurde bepflanzt! Alles klar! Ja! Gönn dir dieser Floor! Warum? Das wird dich aber nicht länger am Leben halten! Warum? Das hat mehr Schaden gemacht, als dein Tacker! Das! 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 Das kommt jetzt wieder jede Runde! Aus! Oh, oh! Heuler! Ja, wenn ich jetzt... Wenn... Wenn es jetzt stürt, ne? Ja! Wahrscheinlich! Das ist mir ja viel zu funny! Wenn es wegen... Oh, ich würde sich... Ich würde so... Ekelsam kann ich, äh, volltrefferin landen, ne? Nicht? Okay, dann ist mir alles egal! Huuu! Okay, mein Gott! Nicht wie eine Hausmann... Was? Ich hab... Ich hab... Ich hab nur gesagt... Danke für den Haus, hab ich nicht! Das hab ich aber auch nicht gehört! Danke für den Haus! Ähm... Äh... Ja, bei mir heute... Ich hab... Ich hab nur die Hälfte der Shooter gehabt, also es war relativ entspannt. Äh... Und ansonsten... Ja... Ich bin eigentlich kurz davor... Obwohl, der ist sowieso tot. Wohl! Oh, oh! Und... Ja... Ich hab auch... Ja... 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 Ich hab auch noch Dreck... Hey, leberatster, guten Tag, Mann! Äh... Habe ich mich tatsächlich... Häufig überlegt... Ich bin mir auch immer noch nicht sicher... Das ist ja... Ich hab noch nicht Twitch Geld... Also könnte es mir jetzt sowieso noch nicht leisten... Ähm... Ähm... Ich hab mir ein Pokémon-Schild vorbestellt... Aber nicht aus meinem eigenen Geld, sondern... Von der Geschenkkarte, die ich nur rumliegen hätte... Weil sonst hätte ich es mir niemals geholt... Wenn ich es mir von... Mit eigenem Geld... Bezahlen müsste... Oh, bitte mach Rankenheb weiter... Rankenheb ist super... Ich mag Rankenheb sehr... Ja... Es nervt mich halt, dass ich immer zweimal Schaden bekomme... Wie lange geht noch Egelsam? Ich meine... Guck mal... Egelsam hat... Guck mal wie... Egelsam macht wirklich viel Schaden... Ach du Scheiße, Alter... Und das heilt ihn auch so gut... Das ist insane... Ich glaube, ich sollte wirklich... Wechseln... Er hat halt Steppen... Ich glaube, ich wechsel... Der ist halt... Der ist halt unlustig gerade... Okay... Aqua... Ich glaube nicht mehr... Ich werde es mir, glaube ich, nicht holen... In meiner... Werde ich das nicht verübeln? Nein, wirklich nicht... Ein Volltreffer... Oh nein! Siehst du, dieser 5 Schaden, die ich bekomme... Aber... Wow... Wir werden so viel... So wenig AP kriegen... Das ist nicht sehr effektiv... Seht ihr das? Und deswegen ist Aqua doch gar nicht mal so useless... Ach du, ach du... Tut mir leid... Wechsel das Pokémon auf... Äh... Oh Shii... Oh Shii... Ich bin so getriggert... Du weißt nicht, wie sehr mich das triggert... Dass ich es verschissen habe... Das Ding ist, mein Facecam war auch ein wenig wenig... Ich konnte nicht einmal Korrektur lesen, oder? Nur... Oh... Ja, ich weiß... Oh... Oh... Na ja, das sollst du... Versuch... Oh nein, er macht die Sand... Wie oldtaktik... Holy Shit... Das finde ich nicht gut... Ja, okay... Wollen wir es überhaupt noch versuchen? Oh mein Gott... Hey... Das hat sogar Damage gemacht... Das macht okay, viel Schaden... Ja... Mal schauen, wie viel Schaden ein Ass macht... Vier... Entspannend... Hey, das ist mega entspannt... Ich besiege jetzt dieses Taubsieg... Ja, aber... Heil dich, wenn es kritisch wird... Weißt du, wie viele P du dafür kriegst? Holy Shit... Das Ding ist 4 Lem... Okay... Jaja... So geht es natürlich auch... Hab ich auf jeden Fall verdient... 93... Das ist gar nicht so viel... Aber okay... Ich meine... Das reicht für Level 5... Ja... Was hat denn... Oh Shii für ein Moveset... Ich hab schon wieder den Namen vergessen... Cognodon? Ja... Cognodon... Cognodon... Da kannst du noch nicht durch... Ich bin eigentlich kurz schon davor... Wieder zurück zu gehen... Ne... Pokémon Center kommt gleich... Auf der Route... Ist mega merkwürdig... Lahmrauch... Ich weiß gar nicht, was das macht... Ich auch... Irgendwie verstärkt... Irgendwas... Irgendwie... Wir haben noch keine Requaza gesehen... Das macht mich ein bisschen traurig... Du Miese... Ich... Halt mich doch schon ganz froh über das... Cognodon... Vielleicht 10 leertes Verfolgung... Das ist gut... Das ging gut... Irgendwie... Es hat ja irgendeinen Effekt... Warte... Lass mich kurz... Lass mich raten... Dieses Dummeiser... Kann nichts aus der Verteidigung steigen... Hm? Dies Dummeiser... Kann nichts aus der Verteidigung steigen... Das weiß ich nicht... Oh mein Gott... Das wird so ekelhaft... Stör doch... Wenn dein Gegner das Pokémon austauscht... Kommt er nicht zum Austausch... Aber Verfolgung greift an... Und nachher wird das Pokémon ausgetauscht... Vom Gegner... Das ist super cool... Das ist cool, ja... Aber warte mal... Das geht eher nach ner Passive... Was nach ner Passive? Nach ner passiven Sache... Ich meine ich... Oder muss ich callen... Das ist ein... Das ist ein Angriff... Ja... Du musst es callen... Das ist ein Angriff... Gibt es überhaupt... Passives in diesem Spiel... Es gibt Fähigkeiten... Äh... Ich muss gegen die Kämpfe oder? Ne... Nein... Also... Wo... Wo ist es... Level Up mit Anti-Kraft... Ach nö... Das wird mega anstrengend... Äh... Wo gibt es Dinge... Soll ich hier nach rechts oder... Rechts ist der Kabodor Trainer... Da solltest du dich wirklich fernhalten... Oh ja... 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 Das soll... Das soll ich wirklich machen... Das wäre... Definitiv nicht gut aufs Gehen... Halte du Scheiße... Das wäre... Definitiv das Dämlichste... Was ich tun könnte... Äh... Aber lass uns mal kurz eine Sache starten... Oh... Ja... Jetzt solltest du dir eigentlich etwas sehen können... So... Also... Ich geh... Nach unten... Na... Oh mein Gott... Like du Scheiße... Höh... Muss ich gegen den kämpfen? Nein... Okay... Da liegt ein Item... Ach das könnte ein Meisterball sein... Oder so... Ähm... AHHHHH... Ja... Risk ist komm... Das hat sich gelohnt... Sonnenstein... Wird das? Ja... Damit kannst du Pokémon entwickeln... Jedes? Nein... Gottes Willen... Wo sind wir denn hier? Nur sonst... Pokémon... Oh mein Gott... Oh da ist noch ein Item... Meisterball... Los! Oh... Wenigstens kein legendäres Pokémon... Bis jetzt... Äh... Ich nehme alles zurück... Jetzt müsste Chatbot eigentlich... Dinge sein... Okay... Bist du gelinkt? Was? Überbrückung... Ist das... Ist das... Ist das Antwort genug, man? Was? Wir haben keinen... Schwert oder Schild ganz einfach... Ja, okay... Ich auf jeden Fall noch nicht genug Geld habe für Schwert und Schild, man... Raserei! AH! Ist das schade? Okay... Oh mein Gott, okay... Raserei ist immer so ne gruselige Attacke... Jetzt kann er nichts mehr aus der Raserei machen, oder? Oder wie ist das? Ja... Ich habe einfach nur Angst... Eigentlich ist es mir egal, weil ein Oshii ist, stört... Und einfach weil es... Fucking falsch geschrieben ist... Du kannst sterben... Du bist für mich... Aber es ist... Es ist wirklich stark... Ist mir egal... Es geht nicht mal lange, bis du den Namen ändern kannst... Noch... Drei Städte... Wie viele Arenen? Zwei... Zum Beispiel sowieso... Ja, okay... Nächste Arena wird übrigens ne Käfer... Ah, das ist ja... Randomizer... Wieso machst du das? Jedes Mal, ey... Du machst ja immer so Angst vor allem... Ich bemerk's dann auch nicht, weil ich dumm bin... Was? Ist das was Gutes? Lichtschild... Guten Tag, Wilhelm, by the way... Ja, guten Tag, Wilhelm... Wie war denn so der Tag? Dieser Perverse hat übrigens den Titel bestimmt, ne? Ja... Perverse... Der Schaden, den der Anwender und seine Partner unter Spezialangriffe erreicht, erleiden wird fünf Rund lang halbiert... Wow... Okay, ich hab Lichtschild verwechselt... Womit... Was sagtest du, was das könnte? Scanner... Dass ich dich eine Runde lang schützt... Ah... Das ging tatsächlich... Ich bin spannend... Ich mein... Du denkst jetzt vielleicht... Alter, ist ja evil der Bullshit... Aber... Zum Beispiel kannst du dich vor... Geduld schützen... Vor Solarstrahl... Vor vielen Attacken eigentlich... Mein Tag war okay... Ja, same goes for me... War jetzt nicht ein aufregender Tag... Deswegen hab ich auch noch nicht möglich... Weißt du noch, womit... Ähm... Mein Tag gestern angefangen hast? Darfst du in den Bus geschickt? Nein, ich hab verschlafen... Ja... Rate mal, was heute passiert ist... Ja, ich hab verschlafen... Obwohl ich... Fünf Stunden später... Und ich auch... Jaaa... Verschlafen, Gang... Das ist cool... By the way... Ich kann mit ihm nichts mehr mehr angreifen... Ich glaube... Ich glaube... Das sind einfach... Literally alle dead... Ja... Gleich... Ich... Willst du zurück... Nein, du musst Tränke benutzen... Du kannst jetzt nicht einfach... Nur mit... Nur mit Aqua... Durchmachen... Hast du dir nicht gesagt, dass gleich ein Pokestunter kommt? Nein, ich hab mich geirrt... Das war auf einer anderen Route... Tut mir leid... Okay... Oder ich... Ich bin mir gerade unsicher... Mach die Route durch und schau... Ich muss auf jeden Fall diesem Trainer da unten ausweichen... Wenn ich das nicht hinbekomme, dann bin ich tot... Ach... Oder Aqua muss halt... Durchrennen... Ja... Warum war denn so scheiße, man? Willst du... Willst du drüber reden? Ah! Ich hab's geschafft, sei dir... Schlausel mich... Okay... Du Fettsack... Ich hab mich da blockiert... Hier ist das Pokémon 6... Ha! Ich hab's geschafft, Geist... Seid ihr schlausel mich... Ich hatte nur vier Stunden... So! Was dazu führt, dass ich zu lang geschlafen habe... Und mein Zugfresser passt, aber ja... Ja, nice... Das ist... Entspannend... Das Ding ist... So, Arnie... Warte ganz kurz... Ich hab tatsächlich heute genauso viel geschlafen wie Saukis... Okay, ja... Ignorier mich eigentlich... Ja, 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 ja... Okay, okay... Da links ist ein Pokémon... Das... Das Roh... Da links ist ein sehr wichtiger MPC... Weil er gibt dir ein sehr wichtiges Item... Und zwar... Die Angel... Warte mal... Die ist nicht gerandomized, oder? Ich bekomm ne Angel, oder? Ja, du kriegst ne Angel... Also muss ich jetzt wieder Backtracking machen, oder? Du musst nicht... Du hast einfach noch ein paar Encounter offen... Niemand zwingt dich zu Backtracken... Aber ich will Backtracken... Ja, wenn du das willst... Ich halte dich nicht auf... Oder... Kann ich irgendwie später ne Abkürzung schaffen... Wo man dich schneller... Ganz später fliegen... Das sind Trainer... Das ist ein Trainer... Das ist ein... Der Fenster ist auch ein Trainer, oder? Nein, 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 nein... Der läuft rum... Das gibt bestimmt keinen Trainer... Das ist ein Trainer... Okay... Ich will erstmal... Das ist ein Manager... Ich will erstmal... Das ist so dämlich... Ich will wissen... Das war der... Das war der richtige... Das war der richtige... Das war der richtige Entscheidung... Die Namen zu changen... Hi... Mann... Du hast gute Pokémon am Gras gefunden... Was hast du denn? Reco Aper? Gib mir einfach... Der Manager Florentino... Ja, den solltest du... Smogon! Smogon ist süß... Smogon? Wieso fucking Forts Wolke, ey? Oh mein Gott... Das stinker Giftwolke... Okay... Vergiss es... Smog... Oh 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 oh... Okay, jetzt mach dir kaum Schaden... Aber... Und du bist vergiftet... Weißt du was traurig wäre... Wenn ich wegen dem Gift sterben wäre... Ach man... Versuch es doch... Versuch doch nicht einfach... Ach... Das ist so dämlich... Du willst... So dringend loswerden... Obwohl es wirklich ein Variable Team Glied ist... Nein, nein, nein... Das war gerade eben noch ein Joke... Weil... Ah... Okay... Gift und Sterben... Ich kann mich da an eine Sache rennen... Die man bescheren ist, okay... Du solltest ganz schnell auswechseln... Puh... Oder heilen... Ich glaub ich... Ich glaub ich mach noch einen Angriff... Oder... Obwohl schon... Ah... Wenn der jetzt critter... Wäre schon ekelhaft... Ja, heil... Heil doch einfach... Ja, ich hab sowieso noch ein paar Tränke... He... Heil... Tränke wird reingesetzt... Wow... Future... Oh, shit... Wahrscheinlich... Wenn ich dann da... Irgendwann mal angekommen bin... Wirst es gar nicht ändern... Ja, oder? Ja... Ich hab daraufhin wird es hinauslaufen... Na... Nein... Ich wollte jetzt nicht noch mal... Nicht noch mal heilen... Okay... Also tatsächlich... Nicht mal klar... Oh shit... Ist kein Deckel... Erinnere dich... Siege und Heil... Was? Wie konntest du das nicht... Oh mein Gott... Retard... Liebe Twitch-Mods... Habt ihr... Ihr habt euch selber gehört... Ja... Oh mein Gott... Zögere doch nicht... Endes... Ende des Kampfes hinaus... Musst du noch einen Trank verwenden... Muss ich? Oder kann ich angreifen? Ja... Ich würd's nicht für einen Trank verwenden... Ja... Fehlt nur noch ein 69-Shock... Ist das denn schon fast ein 69-Shock... Wenn man ein 69-Shock erwähnt... Ja... Schon ein bisschen... Und jetzt grittet er... Und dann sage ich... Oh mein Gott... Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe... Nein... Das war eine Verschwendung... Ich hätte ich auch nicht gehört... Okay... Ja... Dann... Dann mach das alleine... Ist okay... Ich höre nie... Der wäre auf dich... Ich mach jetzt einfach die... Oh bitte... Okay... Ich hab so... Dass wir einsetzen müssen... Oder... Hi... Hi... Hi the boys... Ja... Es ist vorbei... Und sag man... Wie geht es dir denn so? Hi... Das gibt viele P... Ja... Das freut mich... Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag... Ah... Das ergibt... Das... Das hat fucking viel... Wow... 160... Für einen Manager... Verdienst du schon fucking wenig Geld, man... Ja, man... Es wäre schön... Wäre jetzt schon so oft verloren... Wäre jetzt schon so oft verloren... Ja... Ich glaube, das geht gar nicht... Ich bin mir sehr unsicher... Ich weiß... Ich hab auch keine Ahnung wie... Ähm... Ja... Ich auch nicht... Ähm... Uh... Haben wir einen Sexy Imperfect... Medium Rare Steak zu... Oh mein Gott... Ich hab Bock auf Steak... Ich war... Ich war ja von einem halben Jahr... In einem Steakhaus... Bei... Äh... Dem Geburtstag eines Convents... Im Grunde an dem Timo... Äh... Das war schon... Wir kämpfen doch... Denkst du, ich bin stark genug... Das ist äh... Okay... Kopflos... Ich glaub an das... Ich meinte... Oshi... 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 Scheiße... Warte... 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 Warte mal... In welchem Discord... In welchem Discord... Ja... Das ist eine sehr gute Frage... Äh... Ja... In welchem Discord... Nein... 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 Hier wird Ultra nicht beleidigt... Ultra ist eine sehr wichtige Person für diesen Run... Weil er eigentlich dieses Spiel spielt... Ich... Mach zwar die Controller-Inputs... Aber er spielt eigentlich das Spiel... Es ist also Ultra... Ultra... Warum ist deine Facecam nicht hier? Aber warte mal... Es ist deine Facecam... Wow... Wow... Gerne... Äh... Kannst du machen... Kannst du machen... Hey... Es ist gestorben... Volltreiber... Vielen lieben Dank... So... Was kommt denn jetzt? Ich spüre das Rayquaza... Ich will endlich ein Rayquaza bekommen... Weiß... Und dann so unrußig wird... Dass es nicht kommt... Bummels... Wow... Das Poker... Dass ich schon nicht angreifen kann... Du hast nicht gefragt... Und ich bedanke mich dafür... Äh... Aber nein... Wer denn jetzt fragt... Der Hans... Darf trotzdem nicht sein... Ja... Moment... Meine... Ne... Ich frage... Darf ich dich bitte ganz gerne umbringen... Bitte bitte... Danke... Denn da heißt es auch nicht unbedingt... Das ist passiert... Okay... Ach... Zugabe... Interessant... Ja... Oh nein... Das... Als er mir so machen wollte... Okay... Ich schaue sie mir dann wahrscheinlich nach dem Spring an... Vielen lieben Dank... Ähm... Profikoch als 16-jähriger... Ich kann Nudeln zubereiten... Ist so... Ich kann nicht mal das... Ja... Ich bleibe erstmal hier... Ähm... Ich kann 5 Minuten Nudeln... Innerhalb von dreien machen... Alter... Was ist das für eine Super-Pau... Oh nein... Ich kann immer noch nur... Kopfnuss einsetzen... Das ist schlimm... Ja... Das war... Ein sehr schwieriger Kampf... Ich habe ganze... Zwei Leben verloren... Ich kann Minuten reißen... In 48 Sekunden... Zubereiten... Oh mein Gott... Wo kann man so etwas erlernen? Das ist wahrscheinlich jahrelange Übung, oder? Ja... Das kann ich nicht... Ich auch nicht... Ein Counter... Ich kann es wahrscheinlich... Mal in einer Minute zu verhalten... Weil ich so inkompetent dafür bin... Willst du angeln... Oder in der Höhle... Ein Counter kriegen? Okay... Okay... Hahaha... Okay... Der Counter ist... Oh... Es ist... Das ist gut... Ja... Ja... Der Ultra-Instinkt... Man kennt ihn... Wow... Ist nicht sehr effektiv... Das finde ich gut... Dass es nicht effektiv wird... Vielleicht kann ich ihn öfter schlagen... Ich will in die Presse... Brutal... Ne... 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 Verstehst du nicht... Aber das ist okay... Ne... 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 Warte mal... Er steigt seine Verteilung... Das ist... Dann iss doch einfach... Ich hab... Was soll ich essen? Was können sie essen? Hab ich hier irgendetwas? Nein... Ich hab Wasser... Das hatte ich gestern nicht... Also schonmal... Oh boy Gott... Ich mach ihm einen Schaden... Oder... Seid ihr Habt auf Sword Shields... Um Gottes Willen... Nein... Äh... Ich bin... Hyped auf... Die Videos... Als so... Die... Leute... Die... Schreien... Weinen... Lachen... Sagen... Das... Ich wurde noch nicht... 20.000 Mal damit auf... Toterbomadiers... Und es wurde nicht mittlerweile... Langweilig... Es ist mir scheiße... Gern für dieses Spiel... Ich hab keinen Bock mehr Pokémon... Die ganze Zeit... In meiner Timeline zu sehen... Das ist eine Sache... Die... Man akzeptieren kann... Vielleicht... Ich mag das Pokémon Bashing... In meiner Timeline... Das ging fix... Ja... Das war entspannt... Ausnahmsweise mal... Das war... So... Humoristische Namensgebung... Das ist... Oh shit... Es... Und... Gern... Ah... Ne... Irgendwelche Vorschläge? Nein... Ich bin wirklich nicht kreativ... Ich bin funny... Ok... Nein... Ich verstehe... Ich verstehe... Was er da eingesagt hat... Nein... Nein... Was macht das? ausrufezeichen steini ist lame ich habe das perfekte das ist kurz knackig weiter geht es unten umgebe es zu einem item und zum trainer ein feuerspukkorb warte mal ich habe mit meinen dingen das gar nicht mehr keine ahnung ich meine natürlich ein operator ich habe angst das solltest du haben das ist wirklich keine attacke mehr kämpf mit aqua das ding musst du einfach blutflossen weißt du was das ist das ist die letzte entwicklung von feurige meinen lieben gestaute was mein liebiges pokémon siehst du es das hat drei dämmchen das hat doch mehr angst ja okay das gesehen habe ich die leistung runtergegangen nein fehl wird es mir nicht heißt aber auch das ist so dass es so generik Nein, Imigna ist super. Es hat einen eigenen Song, okay, wie kann ich das nicht? Es gibt niemanden, der eine Imigna nicht mag. Also, literally niemanden. Es gibt noch niemanden, der dieses Feuer-Pokémon nicht mag, außer ich weiß, weil ich das zum ersten Mal in meinem Leben gerade eben gesehen habe und Angst bekommen habe. Ich gehe mit S mit. Ja. S. Nein, ich konnte schon. Aha. Äh, mein Lieblings-Pokémon ist Lichtel, war das dieses eine Pokémon? Lichtel ist cool, die Weisentwicklung mag ich. Was bei Tekken da war, dieses... Wow, okay, das bringt uns nichts. Fuck. Yay, ich kann meine Pokémon wiederbeleben. Oh, warte mal. Blubella! Hi, Blubella! Ich werde dich jetzt in der Tat aus einer Art und Weise ermorden. Ziemlich brutaler Tod, Leute. Ah, vielen lieben Dank für den Follower, The Boys, liebe Chai. Oho. Oho? Ja, die Kerze aus Gen 5. Cooles Pokémon. Okay, gute Nacht, Möken. Wir sehen uns dann. Gute Nacht. Und es ist bald wieder. Ich will sowieso jeden Tag an, beinahe, so. Und auch's los. Denkst du es? Ahwa? Denkst du es? Oho? 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 Oho, wach? Spooky, spooky pumpkin. Oh my God, ich hab meine... Ich bin noch nicht... Ich bin noch zu erkältet, um meine Udo-Stimmung zu machen. Eigentlich gerade. Alleine heute war es ziemlich schlimm. Ich dachte eigentlich heute Morgen, dass ich heute nicht in der Lage sein werde, zu streamen, weil ich so stark erkältet war wieder. Ich werde jetzt kaum einen Satz sagen, so ohne 30 Mal zu wussten. Aber... Ich nicht. Ja, du zählst mich slow. Ich war Mimikyu und Zen. Okay, okay. Wir haben ihn gefunden. Wir müssen ihn jetzt verbannen. Von diesem Planeten, okay. Ich bin auch dafür. Oh nein, ich bin paralysiert. Okay. Lockduft. Oh nein, mein Fluchtwerk zählen. Oh no. Und stören. Dann verbann mich... Dann verbann ich dich, Anni. Oh nein. Scheiße. Meine einzige Schwäche. Verbannung. Auf einem eigenen Kanal. Unterscheid! In Mondland, dann bannen. Was? Du, Danny Scho... Warte, warte. Unterscheid lernen. Ja! Mein Gott, ey. Ich hab mich so daran gewöhnt, immer Beats zu schütteln. Eine Attacke vergessen. Jetzt musst du kurz schauen. Teckel würde ich sogar nicht. Ja, Teckel. Gesichte brauche ich hart. Noch, ja. Also eigentlich nicht mehr, aber... Ach so. Dann fang ich mich auch... Dann hab ich's... Komm, wir sind falsch verstanden. Aber in Ordnung. Warte mal, ich brauch's auch nicht mehr. Warum hab ich dann Teckel weggeworfen? Gesichte ist gegen Geist-Pokémon. Ja, wir haben, äh... Wir haben... Wir hatten... Bis wir Georock und... Das andere Viech gefangen haben, das... Das Namen ich grad vergessen habe. Kokonodon. Hatten wir... Ne, Kokonodon. Kokonodon hat auch nur... Normale Tappen. Der einzige, der gegen Geist-Pokémon, was ausrichten kann, ist, äh... Einmal S mit Gesichter. Und ohne Gesichter... Äh... Smiley Face. Ich nenne ihn jetzt einfach so, okay? Du meinst so? Hm. Hm. Ich freu mich schon, wenn wir hier auf... Ah! Treffen. Oh. Ja. Ich freu mich auch schon. Das wird wahrscheinlich heute noch passieren. Wirklich? Jetzt hab ich Angst. Ich freu mich doch nicht. Ich werd auch... Ich hab gelogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist für den Kauernfall gerade. Aber ich mein, ich level gut. Alles klar, flüchte so schnell du kannst. Ja, die vor. Ich bin immer noch paralysiert, ist euer Scheißernst. Wie lange bleibt diese paralysiert? Paralyse bleibt für immer. Oh nein. Strauchler. Das ist gut, das kannst du Jan mal beibringen. Also es. Oh mein Gott! Auf dem Teil von Jan mal stand einfach... Jo. Gäng da! Heimen! Ich mag Ultraschallis. Machst du da! Ich kann's doch töten, oder? Das kommt gleich auch raus. Okay, ja. Siehst du? Ich überschätze die Pokémon immer. Ja, ich merk schon. Ich nicht. Ich mein, es ist ein kervisiver Pokémon. Oh oh. Ah, wird schon passen. Siehst du, es war ein Volltreffer und es ist... Selbst als es nicht ein Volltreffer gewesen wäre, würde es noch passen. Und ich bring, äh, bring, äh, es Strauchler-Brei. Strauchler ist ne Käfer-Attacke. Ja, da kannst du auch mit Strauchler angreifen. Ah! Oh, okay, das ist entspannt. Dann fuck you-Gesicht. Freu dir den Bär. So, warte, ganz kurz, warte, ganz, 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 ganz kurz. Du willst noch mal schauen, oder? Mal fact checken. Ich glaube, der Schaden der Attacke hängt von dem Gewicht ab. Oh, das klingt ja nicht mal so gut. Ja, je schwerer der Gegner, desto stärker ist, äh, Strauchler. Das ist okay, also, es gibt Schli... Das ist alles im Auto. Puh. Es ist nicht alles in Ordnung. Ja, ich glaube, ich sollte tatsächlich weg sein. Oh, schie, es! Deshalb keine Attacke mehr. Oh, scheiße, da war was. Wow. Oder habe ich vielleicht einen neuen Skill-Eleand? Neuen Skill. NRG-Focus, let's go! Ja, lass deine Volltrefferquote steigern. Hilflich. Was? Es ist ein Habitag! Ein fucking Habitag lässt uns nicht flüchten! Ich wollte schon sagen, ey. Vielen lieben Dank. I appreciate it. Und jetzt, äh, bring es bei. Einen Finger, okay, 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 okay. Beutel. Okay, okay, okay. Strauchler. Einsetzen. Mhm. Mhm. Ach, das ist ein Pflanzenangriff. Kein Käfer, aber ich glaube... Ich weiß nicht, drück A. Ja? Soll es trotzdem... Fuck. Naja, das ist okay. Das ist in Ordnung. Ich wollte es sowieso nicht haben. Naja, du wolltest es sowieso nicht haben. Das ist meine Ausrede für alles. Ich wollte es sowieso nicht haben. Ich gehe übrigens... Das ist ein Encounter, die wollen wirklich spielen. Ja, geh ins Poké Center am besten. Das ist ja... Level 4 juckt mich an überhaupt nicht. Das würde mir nicht mal ein Level geben, wahrscheinlich. Ich bin so kurz eigentlich davor. Ich renne jetzt einfach in... So ein Poké City. Und stell Georock nach vorne. Damit das levelt. Ja. Ähm. Was machst du da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich das doch nur wüsste, dann würde ich dich nicht fragen, was alles angeht hier. Gibt es Sinn, oder? Also, falls mal alles schiefläuft, haben wir noch drei Encounter offen. Das ist halt gut. Vor allem, ich kann die Encounter ja auch holen, während meine anderen Pokémon... Obwohl, ich brauche glaube ich ein Pokémon am Leben immer, oder? Das ist nicht so... Eins. Stimmt. Weil sonst kann ich kein fucking Pokémon machen. Darauf hätte ich kommen können. Ähm. Okay. Hm. Viel Spaß. Ich will... Ich will dieses Ei... Ich... Ich kann das Ei doch einfach auf den Pixel legen, oder? Nein. Nichts. Nein. Weil es verschwendet einfach Platz bei mir. Das nervt mich. Ich war gestern... Du kriegst keinen Encounter mehr. Bis zur nächsten Start... Bis zur nächsten Start wird das Ei schon geschlüpft sein. Okay. Bin ich mir relativ sichtiger daran. Ja, dann kannst du es in die Ripbox legen für den Mond ewig. Das ist gut. Einfach toll für ein besessenes Pokémon. Wie geht's dir? Töte es. Ich liebe den Namen sehr. Steinpolletur ist ne Buffer-Tacke. Wir haben nur noch Buffer-Tacke. Oh shit, Gesichter. Jetzt kannst du uns als Geist Pokémon angreifen. Oh no, ich liebe den Namen dieses Pokémon einfach so sehr gut tut. Nein, nein, von uns um. Eingefond. Hm, deswegen. Selbst er gelachtet. Gibt es ja nicht so Pokémon, wo sogar so Smileser sozusagen über die Pokémonern ist, wenn man mit denen redet und so. Das weiß ich nicht. Ja, doch, ja. Das würde ich einfach seinen Namen sagen. Aha. Ah, das fucking Gesicht, ey. Kannst du überhaupt irgendwie etwas anderes als Gesicht? Das bezweifelt doch sehr stark. Zum Glück haben wir keinen Hut-Hut gezogen. Zum Glück haben wir keinen Hut-Hut mit Gesicht gezogen. Oder unser Morzel mit Geduld. High-Trainer. Nicht High-Trainer. Oder auch nicht. Das ist gut, das ist, ähm, das kannst du, das hat eine Schwäche gegen dich. Sprich, das kann dir nicht wirklich was anhaben. Ja, ja. Töte es. Ich habe mich geirrt. Ich habe mich nicht geirrt. Oh. Du hast es wahrscheinlich noch. Alles klar, fürchte. Bringt nix. Du hast es wahrscheinlich nicht noch mal in der Facecam gesehen, weil du ja die Facecam gesehen hast. Ich habe die Facecam gesehen. Ich habe ja den Stream offen. Ich war so, ahaha, machst du eine... Oh, und also. Und also, hm. Ich habe ja eher Angst. Okay. Äh, ich tausse, weil ich habe keinen Bock, um vergifelten Pokémon zu spielen. Ach was, hast du keinen Bock? Nee, das heißt nicht so. Es löst Flashbacks aus. Immer wenn irgendein Pokémon von mir vergifelt hat, ist, ich bekomme direkt einen Flashback zu nehmen. Alter, schwimm mal endlich, Leo. Ja, das schwimm mal weiblich, Leo, man. Das stimmt. Das war die weibliche Schwimmerin, Leo. Es gibt ja, es gibt ja weibliche Leos. Das ist eine Abkürzung für Leonie. Ja, stimmt. Kannst du aufhören? Kann er nochmal aufhören? Das ist nicht sehr effektiv. Das hat mehr Schaden gemacht als alle effektiven Attacken bisher vom Gefühl. By the way, Timo, wo bist du? Es ist Porenta. Ja, dein lieblings Pokémon Tebow. Kann ich mir für Tebow einen Clip erstellen. Er wird bestimmt sehr, sehr glücklich sein, dass Porenta ist. Ich schicke ihm den Screenshot, okay? Okay, das ging auch fair. Da ist er. Da ist auch eine Sache, die er glücklich machen würde. Guck mal, wie grimmig es aussieht. Es will nicht gefressen werden. Mag Porenta nicht. Porenta ist eine Delikatesse in deinem Pokémon-Universum. Das finde ich sehr witzig, weil es im Prinzip ein Pokémon frisst. Hast du dich nicht gefragt, warum Leute Fleisch essen und was sie da essen? Das sind natürlich Pokémoner. Was soll es denn bitte schon sonst sein? Frucht. Fleisch. Super leicht. Ich will nicht mehr mit einer Person zu tun haben, die solche bösen und schlechten Witze macht. Das sind aber böse Witze. Ja, das sind sehr böse Witze. Ich kann mich nicht mit diesen Witzen identifizieren. Ich glaube, Oshibia vergiftet. Oh, glaub ich auch nicht. Easy. Das war natürlich alles geplant. Das läuft eigentlich ganz schön gerade. Ich habe das vergiften schon gefühlt, ey. Ich auch. Ich fühle es gerade. Ich fühle es gerade. Nicht mehr lange und wir haben Verfolgung. Und wir haben Rayquaza. Ja, das auch. Schwimmerweil durch Pi. Schwimmerweil durch Pi. Holy shit. Okay, das ist Level 4. Das sollte ich eigentlich immer kommen. Ja. Das wird dich zu 100% vergiften. Ja. Das kann bestimmt... Das kann bestimmt... Giftzahn oder so. Easy. Ja, oder so. Wow, das hätte gefährlich werden können. Der Arena-Leiter darf nicht so ein Pokémon haben. Ja, ja, ja. Das ist mir klar. Und Verfolgung. Nice. Und Lichtattacke. Okay. Das ist cool. Das ist gut. Was? Boah, wie besiegen wir das denn? Impergator. Lass mich kurz schauen. Ich kriege, glaube ich, einfach Aqua und mache... Warte bitte ganz kurz. Wir haben keinen Pflanzenbruch, wir haben keinen Elektrobruch. Ja, Brutforst ist einfach tot. Ja, ja. Hoi, Junge. Das haben wir gerade leichter Angst. Hi. Du wusstest, was es für ein Pokémon war? Ja. Wirklich? Ich wusste, dass es ein Wasser-Endentwicklung war, aber ich dachte irgendwie, dass es ein... Ja, das reicht. Das reicht. In jedem Fall gibt es nicht mal in diesem Pokémon, oder? Bin ich mir tatsächlich ziemlich unsicher. Alter, Stollrack, muss das jetzt sein? Auch weiter, oder? Einfach drauf, ich gehe einfach drauf. Lassen wir es einfach. Ach, das ist die Vorentwicklung, Leute. Ich dachte, das wäre die Weiterentwicklung. Also die Endentwicklung. Und du bist tot. Aqua ist dann so stark. Ist einfach Anti-Aqua. Ja. Ich bin dann es um zu Anti-Aqua. Bin dann es zum Meguminum. Um die einzige Person in Kazumas Crew, die etwas reist. Und Kazuma. Kazuma, der Panties spielt, ja. Musst du sagen, das ist ein Kazoskill. Den hätte ich auch gerne. Ja, ich auch. Ah, den hätte ich wirklich gerne. Ja, ne? Stell dir vor. Ich renne einfach. Ich hab keinen Bock. Ich renne einfach. Ja, das kannst du eh nicht töten. Das hat so einen absurd hohen Verteidigungswert. Du brauchst du mit Brute Force halt, ne? Mit meinem... Ja. Aqua. Oh mein Gott, die Encounter wir haben! Und das ist eh... Yo, Galagladi! Das ist die männliche Version von Miss Hentai. Äh, ja. Von Guard of War. Ich hab doch gesagt, Miss Hentai. Ich glaub, ich glaub, das ist... Ist das nicht sehr effektiv? Schade. Oh nein. Das kann ekelhaft werden. Ooooooh. Das ekelhaft wird noch endlich einfach. Ja. Ah, das tut. Okay. Ich mag erstmal Sachen treffen. Ich stirb einfach. Ich bin gerade unsicher, aber was mir schaden macht. Verfolgung oder Kopfnuss? Das ist eh tot nachher. Ich benutze erstmal Verfolgung, einfach weil es mir ja Dinge zeigt. Okay, ja. Verfolgung ist ein Kampfgut, bei dem viele Pokémon halt teilnehmen. Ah. Okay. Hi Trainer. Ach, das Item. Gönn dir das Item. Ich gönne mir so hart das Item. Ja, diese Zubats hier. Diese vielen, die wir schon encountered haben. Sind richtig, richtig nervig, ja. Ja, aber... Zum Aus-der-Haut-Fahren. Operator Wellington. Operator Wellington. Oh, das könnte anstrengend werden. San Dama ist... Ich mag San Dama. Ich mag Alola San Dama. Ich hab keine Ahnung, was Alola San Dama ist. Das ist einfach Eis. Stell dir das San Dama mit Eis vor. Oh, ich erinnere mich, warum ist es fucking Eis, wenn es auf das hergepferd sind wird. Das ergibt sich, um sich zu kühlen. Aber du würdest du nicht fucking schmelzen, wenn es aus Eis bestehen würde. Hm. Es ist Logik und Pokémon. Es ist genauso wie mit Alola Wulpix. Ich weiß auch immer noch nicht, warum das dann Eis wird. Warte ganz kurz. Oh mein Gott. Simsala. Simsala. Oh, bleib mit Orsi drin. Trägst du es? Weil es hat eine Schwäche gegen Psycho. Äh, gegen Psycho. Gegen Unlicht. Ach stimmt, ja. Weil es ja... Genau. Genau, ja. Weil es gegen die Psycho geht nicht. Oh! Oh mein Gott. Bruder. Ich stürme einfach. Danke. Oh Gott sei Dank, ey. Das wird dir so viel EP geben. Oh mein Gott, ich hatte Angst. Ich hatte auch Angst. Konfusion ist wirklich stark. Ja. Und ich habe keine Ahnung von Pokémon. Aber die geben mir schon scheiße wenig Geld. Ich brauche mehr Geld. Ernsthaft? Im Pokéball war ein Encounter. Ich laufe einfach. Ich habe keinen Lust. Ja. Ich würde auch laufen. Obwohl es drin gibt, Philippe. Versuche es mit Geroch zu killen. Geroch braucht Training. Okay, versuche es nicht damit zu killen. Ich habe etwas vergessen. Vielleicht haben wir Glück und hier ist ein Gegengift oder so. Gelbe Flöte. Oh, ne gelbe Flöte, ja. Ist das dasselbe. Das ist ein Kampf-Item. Ich habe noch nie ein Kampf-Item benutzt. Oh Mann ey, die wollen sie ja echt wissen. Sehr viele Zubats hier. Ja. Sehr viele Zubats. Danke. Aber noch kein Einzel. Oh, stell dir mal vor, alle werden einfach fucking... Oh, Poké-Fan. Ja, es übersteht dir für ihr Gift. Das kann man uns das heilen. Weil es kommt noch eine Rute. Ich spür's heilen. Hat diese Musik. Also, in Walk-in-Eyes ist ein Poké-Fan. Was ist er hier? Ein Cyclist. Ein... Aha, ein Bike-Fahrer. So sehen die also heute aus. Oh shit, das wird ein extrem harter Kampf. Ich heile es erstmal, oder? Oder... Ja, es wird... Oh, es hat eigentlich nicht so viel Schaden gemacht, dass es sterben. Bruder, es ist Level 11. Oh, es ist Level 11. Ich werde es wahrscheinlich nicht one-hitten, oder? Nein, das ist auf keinen Fall. Ich habe nur noch drei Tränke, ey. Ja, du kannst ja neu kaufen. Das ist ein bisschen ekelhaft. Aber okay. Ich glaube nicht, man... Wir müssen schaffen. B. Siegra... Was ist das hier ge... Alles klar. Ich hab Angst. Ich hab auch große Angst. Okay, dann kann ich sogar eher noch eine Konfusion nehmen. Okay, Konfusion, weißt du was? Weißt du was? Mach was. Mach es, wenn du willst. Hast du das gesehen? Ich hab noch elf Läden. Okay, okay. Wechsle, wechsle, wechsle. Ich wechsle so an. Ich... Oh. Aqua. Ich brauche dich und deine Kraft. Oh mein Gott. Stell dir vor, es hat mir gekrinscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, es ist... Ach... Ich hab's dir gerade verwechselt, es tut mir leid. Womit? Womit hast du's verwechselt? Mit einer anderen Psychiatake, die fatal gewesen wäre. Scheiße, das Ding hat eine psychische Schwäche. Danke. Okay. Danke. Boah! Lieber Cyclist, das hast du gut gemacht. Da hast du uns wirklich gut im Schach gehalten. Oh, shit. Was? Oh shit. Mein Kopfhörer ist leer. Das ist die letzten Tage nicht mehr passiert, okay? Aber heute. Heute ist es wieder so weit. Heute wird man wieder vergessen, meine Kopfhörer aufzuladen. Fast schon enttäuscht. Oh mein Gott, bist du laut, Uta. Man kann ich wahrscheinlich doppelt jetzt gerade eben hören. Du solltest nicht eigentlich hören können. Hallo? Nein. Nicht? Das ist so laut. Heilige Scheiße. Du bist gerade eben... Du bist auch sehr laut bei mir. Ich hab nicht einmal die Kopfhörer aufgehabt und ich hab nicht lauter gehört, als wenn ich vorhin die Kopfhörer aufhabe. Und jetzt? Das ist schon eh klar. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich hab dich wieder leiser geschätzt, meine Damen und Herren. Ja, um diese Uhrzeit gibt es nicht so viele Leute da, meine Damen und Herren. Ich bereue es nicht, um die Ecke gegangen zu sein. Nach links. Nach links. Du musst nach links. Aber da unten war noch ein Item. Ja, da unten ist auch der Ausgang. Oh, ach so. Scheiße! Scheiße, ist halb tot! Okay. Heil O-Shi. Heil O-Shi. Nein, ich wechsle einfach auf Pokemon jetzt erst mal. So, Ass. So, Team ist einfach halbtot. Ja, schlafen. Das ist wirklich schrecklich. Leute, die schlafen. Hier ist kein Item. Du, ah! Du hast ihn angelogen. Okay, ich hab's falsch in den Reiterhogen. Er hat mich angelogen, Leute. Dieser Scheiß-Makargui. Ich hasse es. Wäre aber schon nice gewesen, hätte ich das gefangen. Nein. Ich mein, Feuer-Pokémon ist doch ganz nice. Kann ich da mit einem Fünf-Schritt-E-Laufen? Ui, da ist ja ein Zu-Bart. Aber leider die zweite Weiterentwicklung davon. Hi, X-Bart. Genau. Hi, X-Bart. Kannst du dich noch an mich erinnern? Ich hab dich nicht da was rumgebracht. Oh, lol. Stimmt, da war ja was. Das ist eine nicht schöne Musik. Das gefällt. Ach, nochmal. Hi. Hi, so ein Kölner. Weg, 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 weg. Okay. Die Musik ist aber cool, Alter. Die Musik ist cool, ne? Die Musik ist Hype. Das ist ein geiles Item. Scope-Linse. Das ist wirklich ein... Das ist ein okayes Item. Scope-Linse. Ja, ein Scope-Linse. Okay, neuer Counter. Nein, warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Ich brauch erstmal Aprikoko-Bau. Das ist mir wichtig als alles andere. Ist das Route 33? Ja, es ist ein neuer Counter, okay. Das Reaktion komplett übertrieben war. Delay-Off. Ja. Nein. Es war... Es war kein... Es war nicht komplett übertrieben. Weißt du, wie gering die Chance ist? Nein, weißt du nicht, offensichtlicherweise. Direkt einfach. Das war schon ein Sale. Ich meine, ich bin ja so... Leicht ausgesagt, aber halt im Stillen. Okay, Encounter... Ah, deine Haas auf! Noch ein Kampf-Pokémon. Ronidges? Vermutlich, ja. Das Ding hat wahrscheinlich einen mega-lower Catch-Rate. Versuch's einfach mal kurz zu fallen. Das kann er auch nicht wirklich tauschen. 17,5%. Also mein Ragnar-Würgen-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser. Das könntest du machen. Heißt, ich glaube, ich heile ihn einfach schnell erstmal von ihr. Ja, genau, mach's, 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 ja. Genau, und dann wechsel ich einfach zu ihm. Das ging, glaube ich, nach einer... Ich bin ne schlaue Bursche, Geist. Man hat mich auf den Pokémon-Wasser. Ich bin noch nie in meinem Leben Pokémon-Wasser-Wasser-Wasser. Ist das nicht traurig? Hier wird es soweit sein. Wahrscheinlich nicht lange. Ich tippe auf so zwei Sekunden. Okay. Ich wechsel wieder. So viel dazu. Wechsel auf, äh... S. Nein. Ja, auf S. Aber nicht auf hmm. Nee, das hatte ich die Form, mir keine Sorge. Das ist ja so ein bisschen belastend, tatsächlich. Amsonsten lass es einfach mit... Das kannst du eigentlich nicht brauchen, das Rasaft. Okay. Ich hitze es einfach einmal, wenn du stirbst und stirbst. Okay, ja. Ja, oder da, oder so. Hey, 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 Timo, Timo, Timo. Wir hatten vorhin ein Porenter. Ja, ich hab's dir geschickt auf Discord. Was wir ja Moana haben. Hast du nicht gesehen, du kleiner Wichser? Kaltblütig, und dann haben wir jetzt geschnappt. Ja, kaltblütig. Beim Porenter sind ein Delikatessen. Mhm. Oh, es ist tatsächlich einfach am Leben. Ich könnte es theoretisch sogar noch einmal hätten. Ja, mach das. Mach ich auch. Ich meine, wenn ich jetzt kritze, dann kritze ich eben. Und dann ist es eben so. Ah, okay, ja. Und das wird ein Kritzer. Nicht? Krass. Ui, Fußkick. Außer es war jetzt mal keine Sache, die mich... Komplett vernichtet. Aber wie bewegt es sich vor Ort? Es bewegt sich wirklich sehr gut vor Ort. Wir sind dann bald schon daran, unseren Rivalen Orgasm zu treffen, ob ich heißt. Nein, wir müssen zuerst die Arena töten. Die Arena! Wir werden's also nicht hinbekommen, ja? Also heute wahrscheinlich nicht mehr, aber wir können heute noch zur Arena kommen. Okay. Weil vorher kommt noch diese schreckliche Section im Team Rokkebrunnen. Ja. Im Übrigen gibt es sehr viele schreckliche Action am Anfang, ne? Sections. Sections meine ich, ja. Ist es halt. Nenn es Donkey. Weil es ein Affe ist. Ach so, wie bewegt es sich. Und Donkey Kong. Wir reden nicht mehr mit dir. Ja. Thank you. Danke. Oder. Ich muss kurz. Expandong. Wenn du verstehst, was ich meine. Obwohl. Ich bin eigentlich zufrieden mit Donkey, wenn ich ehrlich bin. Donkey ist ganz so gut. Meist du mit Danke Y? Ich werde ihn nur noch so nennen. Okay. Ich kann mit Danke Y ziemlich gut leben. Aber es fehlt noch irgendwie. Danke männlich. Los. Das nächste Pokémon muss einfach ne Kombination nach Smiles und Symbol sein. Aber es geht mir einigermaßen okay. Ich meine, mein Leben ist jetzt nicht so aufregend heute. Dass du einen Trainer geskippt, den kann man eigentlich nicht skippen. Okay, interessant. Ich bin halt ein Profi. Es wäre verlaustig, wenn ihr jedes Pokémon nach einem anderen nennen würdet. Okay, ich probiere es jetzt gar nicht. Ja. Los, Suikun. Das wäre wirklich lustig. Das ist eine gute Idee. Los, Rayquaza. Ja, Rayquaza. Wir nennen das nächste Pokémon Rayquaza. Egal, ob es ein Rayquaza wird oder nicht. Ich habe mich entschädigt. Dann brauchen wir noch ein Horn-Lew. Wir nennen das nächste Pokémon, das irgendwas mit Diff zu tun hat. Horn-Lew. Okay, wäre wundervoll. Vielleicht fangen wir einen Rektorn. Stell dir vor, wir fangen einen Horn-Lew. Na ja. Wenn wir einen Horn-Lew fangen, dann nennen wir es Rektorn. Okay, perfekt. Nein, nein, dann nenne ich es. Was machst du da? Oh, ich dachte, da unten wäre mein Unlicht-Attacke. Ups. Okay. Interessant. Das ist alles eine Taktik. Das war eine Taktik, um das gegnerische Pokémon zu verwirren. Ich bin einfach ein Genie. Und jetzt mal zuck zuck hier. Aha. Aus meinem Doppelteam heraus. Das hat es nicht kommen, sei dann ist gestorben. Nein. Ja, ich wollte ihn noch bekämpfen, wenn... Aber neben dir ist ein Pokémon-Center. Das hast du mir sagen können. Bald, Jungs. Hab ich. Bald bist du bei den 69, meine ich. Bald. Toll, stimmt's. Oh, ein Cognodon. Schwimmer weiblich Kim. Das ist einfach das Beste am Spiel. Einfach den fucking Namen. Das ist so richtig besser. Hab ich das gerade richtig gesehen, dass er vier Pokémon hat? Ich hoffe nicht. Nein, der hatte drei. Das ist ja auch nicht viel besser. Es ist besser. Sagen wir es so. Wir müssen mal den Cowboydor-Trainer killen. Jetzt schon? Nein, irgendwann mal. Jetzt schon ist das viel zu risky. Ja, das... will ich mir nicht antun, ey. Ich hab fast so viele Stunden wie hoch. Hey, Level 15. Ich hab wirklich kein Leben schon, sad. Wieso? Ach, aber du verbringst das Leben mit Anni. Das ist schon gut so. Das ist... eine gut investierte Lebenszeit, sagst du ja. Wenn du irgendwann Enkelkinder hast und denen von deinem Leben berichten, dann kann es dann... Ach, Superschall? Superschall zieht immer 20 Kp ab. Okay. Interessant. Eine Ultraschall, meine ich. Superschall ist einfach besser als Ultraschall. Das finde ich witzig. Ja, weil Ultraschall ist. Aaaaaah! Witzig, oder? Schlorbleck ist so ein absurdes Pokémon und dieses Letzchen, diese Zunge, diese 80er-Jahre-Frisur, das Free-Wi-Fi auf seinem Bauch. Es ist wunderschön. Ach. It's beautiful. Oh, oh. Oh, ich hab mich geirrt. Superschall ist nicht besser als... Also, Konfusion ist schon eine entspannte Sache. Das ist nicht Konfusion. Ich bin Konfusion. Ich bin Konfusion. Also, wie ist es? Ich bin Konfusion. Amerika. Please explain. Wieso darfst du darüber sowieso ein Big Brain Joke werden? Worüber hab ich nochmal gelacht. Das ist so... Ah, ja. Das ist so... Ah, ja. Ah, ja. Ja, ja. Weil es ein Big Brain Joke war. Ah, du bist ein weiblicher Schwimmer. Er will deine Nummer. Nein, flüchte. Ich mein, du bist weiblich. Oder gibt's nicht als eine weibliche Person aus? In die Internet kann jeder das machen. Hab ich gehört. Nein. Bist du kalt? Oh. Warte mal. Den kann ich auch noch bekämpfen, ne? Ob das nicht. Nein. Das ist eine Frau. Okay. Dann sprechen Sie doch mal. Hi, Frau. Die Höhle ist nicht groß. Aber die Encounter sind viele. Das hat sich wirklich gelohnt. Was hat sich wirklich gelohnt? Hi, Team Rakete. Ich weiß nicht, ob ich da drin bin. Ah, 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 ah. Eine Rakete. Das ist witzig. Ich weiß nicht, ob ich da tun darf. Das sind immer die besten Witze. Das war schon so Witze wie... Das Thema auf dem Schlauch steht. Oder das ist noch ein Zeherschrecke. Wir müssen noch, ähm... Eigentlich ist Gift. Wir müssen noch... Ja, wir müssen noch. Wir müssen noch im Pokémon Knuckles benennen. Da kann ich immer sagen, Knuckles. Warum? Stehst du? Knuckles. Knuckles. Das ist witzig. By the way, das Ei ist immer noch nicht geschlüpft. Red mal nur deutsches Deutsch. Kein Englisch-Denglish-Benglish-Menglish. Nein. No. Ha! Ich kann doch nicht in ihrer... Outplayed! Ich kann doch nicht in ihrer Arena, ne? Ah, scheiße. Du musst, äh, Dingens. Du musst Porenta suchen. Da unten gibt's... Da unten gibt's noch ein... Ein Countner, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hole wenigstens noch zwei Tränke. Mag Tränke. Aber gleich musst du Porenta suchen. Kein Witz? Ja. Ja, Porenta. Unser allerlieblings-Pokémon. Und da ist auch wieder ein Count im Wald. Ist mir alles egal, ich brauche einfach Superwälle, ne? Mehr will ich nicht. Nein. Hi. Nein. Ich dachte, ich muss in den Brunnen springen. Nach rechts. Du meinst links. Fuck, Mann! Länger und immer wieder, ey! Das ist halt die coole Sache, weil ich so... Du machst es halt so consistent falsch, dass ich einfach schon... Ja. ...in die richtige Richtung, dann geh ja. Oh, Mann, ey. So, ein Counter, let's go! Oh, warte mal, wie viele Poké-Bälle habe ich? Ich glaube, ich habe nur noch zwei oder so. Oh, oh. Fünf. Setz Ding jetzt nach vorne. Hm. Okay, okay. So aggressiv wie es ist, hätte ich das eher nennen sollen. Ja. Der Counter ist... Ein! Relikant. Rekwaza! Da hast du recht! Hol mir was schnelles Rekwaza! Oh nein, das kann nur her, oder? Will ich das überhaupt holen? Oh nein! Will ich das überhaupt holen? Warte mal, scheiße, das ist keine Stein-Attacke. Stein-Politur, Leute. Wenn ich das überhaupt holen, Ultra! Nein! Nicht! Soll ich einfach das töten? Um Gottes Willen, stopp! Ich renne, okay! Sie werden's rennen! Sie werden's rennen! Ich renne einfach! Fick dich! Fick dich! Du bist keine Bereicherung für mein Team, ich brauche ein Porrenta! Wenn das Timo glücklich ist, dann wird alle mal in den Stream schauen! Oh, ich erinnere mich! Ich darf nicht auf das Holz-Dings bringen! Das kommt noch nicht! Das kommt noch nicht? Oh mein Gott! Was kam denn da? Nee, geh zurück, geh zurück! Oder hol dir das Item? Ich hol mir das Item! Krumm Löffel! Das ist cool! Krumm Löffel! Schwerste ist und fange es ein und stecke es in deinen Rucksack und benutze es danach! Wer hat das Wort für Pokémon? Ah! Alles klar! Bam! 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 Wer hätte denn den Kader bekommen können? Ach, Mann! Das sieht ganz cool aus, aber ich hab das Pokémon noch nie in meinen Lieben gesehen bisher! Lustigerweise! Es wird in der Arena noch oft vorkommen! Nein, würdest du... MEINER IST GERANDOMIZZE! Oh, das benutzt Hertha, ich hab keine Lust, ich geh hier! Maaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn Ich hab halt die Werbungen nicht auswendig, also, warte mal, spawnt überhaupt noch nicht, oder? Nein, spawnt noch nicht! Geh, geh wieder zurück, geh in die Stadt! Boah, lass mich nachdenken, ey! Ne, ich... Ich glaub, ich muss mit dir irgendjemandem da reden, na! Wo bleibt Porenza? Porenza war schon einmal da, oder warst du nicht da? Ja, ich weiß, ich weiß, ähm... Du musst in kurz Haus, das ist da oben. Das ist da oben, okay. Hol dir aber einen Koko-Baum. Wo muss ich noch hin? Ja, mein Name ist Waifu. Und mein größter Erzfeind ist der Orgasmus. Ich liebe es. Ich auch. Das ist wunderschön. Der heißt nicht aber wirklich Orgasmus, er ist einfach... Heißt doch... Oh! Ah! 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 Ist perfekt! Perfekte Name für ein anregel Bösewischisten. Ja. Ja, beruhigt dich Timo, die kommen gleich. Ja. Unsere Protagonistin muss also immer... Oh nein, es ist AAAAArition, schreiben. nein 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 ich muss zum brunnen. Ich muss zum brunnen. Was? Die Hose. Was? Ich gehe. Ich bin mein Karenta, ich bin nur für mein Karenta hier. Denkst du es gibt Karenta? Ich hatte die grandiose Idee unsere Rivalen, weil man kann ja immer die Rivalen nennen, nach dem Orgasm Emote zu benennen. und jetzt ist er Mr. Orgasm von Moonman Moon By the way, ein neuer Counter, ne? Oh, sehr schön Denkst du es gibt Purenta-Hentai? Es gibt zu allem Hentai Wenn du Pokéman auf Rue 34 eingibst, gibt es da 12.000 Einträge oder so, also ich denke es bestimmt ein Purenta-Bild Eins Wahrscheinlich ein Guru-Bild Das könnte ich mir selber vorstellen Also Timo Also Timo, weißt du was du heute suchen musst? Boss Crystal Ist einfach ein Boss Tackle Egel Samen Das Ding ist nicht stau Keine Panik Ja, aber meins ist auch nicht stark Ja, gib das Und zwar benutzt er den da auch Okay Ja, reicht denn auch, ne? Genug Internet für mein Leben Ach, denki, denki Ich meine natürlich, danke Y Weiblich Weiblich? Das ist sogar wirklich weiblich Scheiße Das ist ja gar nicht so lustig Ja Oh mein Gott, wir haben ein weibliches Pokémon Ich weiß, was ich heute Abend machen werde Ich dachte, selber weiblich Oh, heiße Yu-Reaction Oh ja, oh ja, ja, ja Das ist ja sehr viel Woher weißt du das? Wurdest du gerade besahnt? Ja, wurde besahnt Ja, wurde besahnt Man muss immer das seine Augenbrauen dann immer ein bisschen nach oben machen Also das ist eigentlich in Wirklichkeit Wie ich das Hm, Emojis anders Hm, Emojis, okay Bestimmt Ich habe Ahnung von Emojis Ich wurde gelehrt, okay Von meiner Lehrerin damals Was Emojis angeht Ich habe Ahnung von Emojis Hast du ein Emoji-Movie gesehen? Nein Ich weiß nicht, was das soll Weil überlebt das safe Das war natürlich geplant Wenn ich jetzt nochmal ein Fuß gegessen Ich war spannend, da fing die Leute Okay Das greift eventuell Ich wollte sowieso Wechseln, keine Sorge Fucking Ah Erreicht Level 7 Erreicht sogar Erreicht Level 8 Besonders das Screams haben wir jetzt Mir alle Augen durchgekommen Das ist eine gute Entscheidung gewesen Ich sage es dir Das würde noch sehr häufig zu mir bekommen Ach man RETTEN Wir werden das jetzt one-hitten Weil ich keinen Bock auf RETTEN Das ist mir egal Ich habe keinen Bock direkt vergiftet zu werden Okay Ey, wusstet ihr das? RETTEN Rückwärts Natta heißt Was? Nein, 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 nein Warte, warte RETTEN heißt rückwärts Kobra und Outbrook heißt rückwärts Natta Ahaha, er hat es umgekehrt Ich steh Hoffentlich kommt es Ja Ist mir lebt Das ist mein RETTEN Ja, wickel es ein Oh nein, ich wicke Der Schaden hat mehr Das macht tatsächlich relativ gut Schaden Für Für Level 9 Pokémon Und du bist tot Ha, Poppy Funny Ha, ha Die Namen werden immer kreativer Das war Das RETTEN nicht so genannt Ein Gen 1 Pokémon Glaube schon, ja Ja, natürlich War ein Pokémon Let's Go dabei Schon vergessen? Nein, um Gottes Willen Wie könnte ich RETTEN jemals vergessen? Ist, hm, vorne? Aber warte mal Das ist gut, dass wir einen Encounter haben Wir haben nämlich hier noch nichts Oh, Panflum Oha Das ist super Ich mag Panflum Das ist wirklich gut Gleich das einmal an Tackle Autsch Oh nein Oh nein Nein Ja, holy shit Ah, Feuertreffer Greif's nochmal an Ja, ich greif's nochmal an Wenn ich jetzt noch ein Feuertreffer will kommen Dann Dann Ich selber Nenn wer's Rayquaza Gesundheit Ich daz Rayquaza Ich daz so sehr Rayquaza Das ist mein Rayquaza Seht ihr dieses Rayquaza? Das ist ein wundervolles Rayquaza Das wird später nochmal so stark wie Rayquaza Oh oh Sollst du schreiben kurz Ne, schreib's kurz in den Chat Was ist die Catchrate Von dem Fies Keine Ahnung Aber du hast falsch geschrieben Nob Also in der Team Nob Rayquaza ist ein legendäres Pokémon Vor dem ich sehr viel Angst habe 11,9% Du Drehsack Habst du das gesehen? Das hat schon 3,9% Oh mein Gott Hier ist er tot Keine Sorge Wir werden es noch sehen Ja garantiert Ja Ich meine ich hatte es viermal in meinem ersten Spiel Das wird dies Das wird uns wirklich so gut Das wird uns wirklich so sehr weiterhelfen Oh mein Gott Das ist halt wirklich sick, Alter Geiler Scheiß Holy shit Hi Rayquaza Willkommen in unserem Team Rayquaza Du musst natürlich auch alles sehr groß schreiben Weil das immer so ist mit Pokémon Nein, das ist nicht Das ist nicht Spitzname von Parkflam Sehst du das? Das ist Oh Nob Ich bin einfach der Pokémon-Expo Natürlich weiß ich das besser Also Nein, kein Es muss ja authentisch sein Okay Oh, es ist in der Box Wir haben keinen Platz mehr Ja Wirklich? Ja Wegen dem Ei Wegen dem Ei Nein, das liegt an Danki Okay Das liegt an Danki Bei natürlich Danke Y Nein Ähm Ähm Wenn schon Dann Danke Y Weiblich Okay 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 Muss schon richtig sein Oh nein Die Rocketmusik ist schon cool Die Rakete Ich hab Angst Baa 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 Das wäre lustig Ich würde lachen Ist das wieder ein Boss? Ja Boss Crystal nochmal BORENZA Oh mein Gott Nochmal BORENZA Seht ihr die inspirierende Geist? Das ist Timo's Lieblingspropon Und er ist wahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment gegangen Das wäre nicht witzig Achja Timo, wie geht's dir eigentlich? Jetzt kommst du mir irgendwie noch nicht höher Weil du bist ja tot Irgendwie heute gewesen ZWROMKLINGE Alles klar Das macht einscharten Oh mein Gott das ist so voller Zorn Das haben wir wieder ein Schuss in den Offen Weiß schon Die Rakete war alles der einzige Ähm Warte mal ist es tot? Ich möchte dass es tot war Hm Es gewechselt das Pokémon Achso Ich sollte tauschen Wieso? Hä? Ja geh auf äh Oh shit Brute Force Oder so Oh shit S Könnt es auch auf Oh Shii gehen Aber Ich glaub ich geh auf Derki Das ist glaub ich die richtige Entscheidung Ja Porenta Wupp Wupp Der ist einfach falsch liest Ich schieß den in den Ofen Wow Ich dachte einfach dass ich falsch gespielt habe Das deswegen hab ich so lange gebrochen Ich auch Und es ist gut Oh das hat weh getan Und jetzt finische das Porenta mit Ah shit Und Und damit Erreich Level 9 Okay Ja ne Erreich Level 10 Ah nochmal Okay Erreich Level 10 Finish es mit 3 Oh mein Gott Aqua ist schon Level 18 ey Aqua ist OP alter Ich glaub diesen Satz werden wir nie wieder hören Und dann stürmt einfach Aqua in dem nächsten Campen Das ist ja nicht wirklich mit Weiden Wenn Aqua sterben würde würde ein Teil meiner Seele einfach verschwinden Ich ja indeed Ich habe extra komisch geschrieben Ähm Ja Also ich dachte einfach nur dass du einen kurzen autistischen Anfall hast Ja ich auch Spontaner Anfall Kann ja mal passieren Vor allem bei Temo Ist ja normal ne Ein Kilo Met Geht bei uns Beim Frühstück weg Oh nein Ein Scham Dabei bin ich sogar geschwächt Ist ja nicht unüblis Absolut nein Das kann das jede mal betreffen Das kann das jede mal betreffen Das kann das jede mal betreffen Und Porenta ist tot Ziemlich brutal Leute Ziemlich brutaler Tod Und wir bekommen Level ab Und wir bekommen Level ab So langsam mag ich wirklich sehr Steinwurf Das ist komisch Einige scheiße Ein Igler Mal Peter spielen Ja Aber dann Spielen wir Aus Versehen mal ein Spiel Und wir denken Oh mein Gott Das ist eigentlich voll normal Und dann kommt einfach Am Bild Einer gehäuteten Robbe Oh Ja das war Willst du das wirklich auf Twitch zeigen? Ja 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 Aber weißt du Eines der Spiele mochte ich damals sogar Super Jake Brothers oder wie es hieß? Oh mein Gott Ja Ich mein Mario und Luigi Hatten Einen Unfall gehabt mit den WeFair-Bedehnungen Und deswegen mussten die Super Jake Brothers Den bösen Mr. KFC-Mann besiehen Und den Silken mussten Mr. McDonalds besiehen Ich hab keine Ahnung gehabt Dass es Mr. KFC-Mann war Das hab mich nicht gejuckt Das sah einfach wie ein böser Mann aus Und ich hab das geliebt Weil es halt Es war halt auch Spielaffe Meine Lieblingsseite damals Und da irgendwann die Mario-Spiele da abgeschafft wurden Bei Copyright oder so Habe ich halt durchgehend Super Jake Brothers gespielt Das war geil So mein Leben Steinbruch Und es ist tot Nicht Ah Es ist halt kurz danach Ja aber was Wachstum Wenn du nicht mal das Super Jake Brothers ist Dann hast du auf jeden Fall was an deiner Kenheit verpasst Also ich hab's nie gespielt Ich kenn's halt einfach Das reicht Du musst es nicht gespielt haben Um ein Man of Culture zu sehen Solange du es kennst Es ist ein Noctur Ist es ein Geist-Pokémon? Wechsel auf Nein nein das ist eine Das Eulen-Pokémon Okay Ich mein der Hättest doch auf den Gens wechseln können Auf äh Ah shit Oh nein gesicht Ich hab morgen sowieso Ja ist relativ spät schulig Ich hab morgen nur Informatik was auch mega entspannt ist Zwei Stunden Ja Ich muss ja mein Ich muss ja mein fucking Schulzeug mitnehmen Also ist mega entspannt Ich mein jetzt gar nicht im Twitch Support Oh no Ich will mich dem Twitch Wie geht das die Ereignisse Mir geht das die Ereignisse Ich würde nämlich gerne eigentlich sogar noch den Wald machen dass wir halt nächstes Mal direkt mit der Arena anfangen können Nein 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 die Arena kommt gleich nach dem Brummen Ach so So ist das Ich hab das wäre erstmal Ja ich hab die Ereignisse überschlagen Ich tu mir leid Ja ja ich hatte das auch irgendwie in Erinnerung dass es erstmal kommt weil ich mich nicht mal an die Arena erinnern kann man nicht sagen Das war die Cave Arena Wo man auch so Caveern rum slidet Okay Ja Ach wir können wir können nachher kurz reingehen Ui Traumagier Ich bleib bei Oshi Ja kannst du machen Du hast Crystal Wir haben jetzt gegen 3 mal gegen Boss Crystal gekämpft Oh scheiße das ist die Weiterentwicklung Und nicht das ist wahrscheinlich gar nicht mal so gut oder? Ich glaub das ist Psycho aber ich bin mir sehr sicher Sieht eher geistig aus Es ist Psycho okay Das sieht sehr geistig aus das Wild Sehr geistig Also bitte sterben Oh Shii Oh Kopfkuss Damit habe ich Psychkraft verwechselt Oh mein Gott Ah Leute das hat keine Wirkung Es ist Psycho geist Ja mach den Ich wusste das sieht geistig aus Ich verstehe es nicht Mann ist das ist das spaßig und funny und lustig und Ohne vorzeitigen Zeilen abstand macht das keinen Sinn Bestimmt Sonst hätte ich das natürlich verstanden Ich habe ich habe eigentlich überhaupt nicht drauf gehört Wahrscheinlich hätte ich das sogar verstanden Ich bin mir sehr sicher dass ich verstanden hätte Ja natürlich Wir traue ich mir nicht Ja Was ist das denn überhaupt Das ist Function Das ist Javascript oder? Oder ist es Java? Kann sein Ey Java ist es glaube ich nicht Ich denke es ist Javascript Würde ich aber vermuten Alter Lance Wird nicht Lance heiß? Donner Es ist P5 Es ist P5 Es ist Persona 5 Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Hahahaha Danke 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 Ich find mich auch sehr witzig Mach mal deine 20 Charme Das ist ja auch nicht entspannend Aber es wird dann später so useless sein oder? Ja wahrscheinlich So 20 Charme hat wirklich sehr weniges im Vergleich zu Dingen die nicht so funktionieren Ja Es gibt natürlich kein SR Sagen Cress ist nur alle 10 Jahre an wenn Ne alle 100 Jahre an Wenn wieder ein Fortnite Stream kommt Wenn alle Planeten in einer Reihe sind Und ein Fortnite Stream kommt Was? Vipno? Wechsel auf Ah shit Weil das P5 nur ist Psycho Äh Oshii hat da relativ wenig Leben Ich hab müssen Ist doch egal Heile es doch halt Hm Ich will sogar eher mit Aqua einfach reingehen Ne die Level sind gut für Oh shiii Fischer Donner Warte mal Hm Seifel 12 Ich sollte mich eigentlich nicht töten Wenn ich jetzt einmal Unlicht mache Das System nicht aber okay Ich hätte geheilt Es war all according to plan alter Scheiße Ich wechsle Der macht mir zuviel Schaden Mach das Das war natürlich alles geplant Das war natürlich alles geplant Ich wusste dass es dann noch ein Leben haben wird Mhm Mhm Lieber Atomic Ich kenne leider keine Ultra Jetzt ist es nicht mehr von mir abhängig okay Es ist vom Zoo abhängig Weil die nicht liefern kann ich auch nichts dafür Ja Hat es gerade wirklich einfach nur ein Leben Ich hoffe ich werde hochgeportet Weil ich keinen bock habe nochmal vor 20 Encounter weg zu rennen Oh ich werde hochgeportet Nicht Ne ich werde nicht hochgeportet Da ist Kurt Ja ist sogar wirklich cool Das ist ja lame Du wirst hochgeportet Oh okay Danke dafür Ich muss sagen ich habe so gut wie ihm aus ist unfassbar Ich habe auch sehr gut wie ihm aus ist Ich weiß Danke Danke ich bin witzig Nicht schlägt diese Mode Change my mind Comedy glass war schon Schon comedy glass muss ich zugeben Ja Oh Ich gebe dir Ja du kannst ihm Du kannst ihm eine Apple Koko geben Und er macht dann den Pokéball draus Uh Ich glaube du musst einen Tag warten Du musst einen Tag warten Ja ich meine ich spiele sowieso erst wahrscheinlich morgen wieder noch Das ist auch perfekt für mich Vor allem weil ich ja hier dann auch Schluss machen werde so ziemlich Ja nimm bitte Telefonnummer von Großvater Wow 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 Und das Doppelkin Wow Geh in die Arena Kann ich nicht noch mehr machen? Oh Ich dachte ich kann das allemal machen Heil deine Pokémon und geh schonmal in die Arena Du wirst dich eh daran erinnern Das ist so ne weirde Arena Daran erinnert man sich Denkst du? Ja Warte bei was sind die Level von dem letzten Boy Ja Boah du fragst mich Zeugs ey Ich dachte du bist der Mr.. Diese 18 18 Das ist tatsächlich gar nicht mehr so geil Ja Die Pokémon sind hart unter Levels 18 oder 16 ich bin mir unsicher 16 könnte ich schon eher modieren aber 18 ist schon hoch ich meine schau dir das mal an Ich werde erstmal Denki glaube ich wegpacken Ich brauche Denki eigentlich nicht wirklich Ich will lieber meinen Rayquaza haben Mach ne Friedhofbox und ne Backupbox Jaja Pokémon bewegen Ja Ich hab's gerade eben gesucht Ok Warte mal Ok das ist die Das ist die Friedhofbox Ah Name Name Ja ok Nandybox Dead Haha Nice Ok sehr gut dass wir Exakt die selbe Idee hatten So Ok Nandybox Kekup oder so Ist nicht Backup Ist Kekup Nein Ach man Ach man Warum bin ich jetzt zu verraten Wow Oh Du kannst das Ei rauslegen Nice Ne 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 Verrat mal Ist wichtig ok Kannst es releasen das Ei Freilassen Nein nein Lass es frei Ich will es aber in den Friedhof Aber lass ja Mach aber dann lass es frei Ich will wissen ob das funktioniert Ok Äh warte Ok Warte 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 Es ist dead Egal es ist dead Egal es ist dead Äh das ist auch Oh das ist auch Mh Das ist dann mein Ciao Aber das ist gut So ist noch Bitte noch ganz kurz in die Arena. Ich glaube, ich sollte nächstes Mal ein bisschen leveln, oder? Ich meine, ich habe zwei Pokémon, die einigermaßen auf dem Level sind, dann habe ich die vier. Also, hm. Und, oh, Xi könnten in die Arena wahrscheinlich auch viel reißen, aber... Danke, Y, Z, weiblich und Rayquaza. Wird ein bisschen schwieriger, ja. Das ist ein Problem für Ultra und Anni von Morken, okay? Da müssen wir uns nicht sich darum kümmern. Das ist sehr fair. Und, kannst du dich daran erinnern? Oh, es ist das Ding. Ja. Freue ich mich drauf. Ich meine, das braucht die Arena nicht so. Nicht, weil ich so dumm bin oder so, sondern weil ich es einfach... Du kannst halt... Okay, hier kannst du sehen, wohin du auf jeden Fall musst, weil es gibt nur Links. Ja. Das ist immer mein Weg. Aber vor allem, wenn es dann Items gibt oder so, du musst halt dreimal wieder zurück oder so und shit. Und dann gibt es die Scheiße und... Das ist einfach nur nervig. Oh, man kann... Ja. Man kann Sachen sehen, man kann auch in den Block weiterlaufen. Ja. Block. Ist aber Minecraft. Ja, natürlich, ne? Äh, ja, haben wir es nicht, sehen wir uns im nächsten Zoom. Okay, das war es dann aber für heute. Habe ich eine ganze Zeit lieb, vor allem euer Geld. Bitte, dass ihr kein Gut haben, nein. Und? Und werdet nicht überfahren! Nein, schade, das ist der Satz, den ich immer hören will. Äh, ja, wir sehen uns, oh boys. Wah, wah, weinst du gerade? Ich auch. Sayonada, guys! Tschüss! Vermiss euch jetzt schon! Ich auch! So traurig! Bye!